Du bringst der Mama zum Geburtstag, aber bitte nicht wieder so eine olle Backmischung mit. Fuck, es war so klar, du Pimmel. Ich hab doch gesagt, mir geht's mega. Verdammt, verdammt, wo steckt der Junge? Wieso? Was soll das? So! Ich hasse Wendler! Ich bin der Wendler. Ihr seid fucking am Arsch, Alter! Kommen wir lieber wieder zum Geschäft. Mama! Bist du verrückt?